Bleibt immer ihr selbst und verstellt euch nicht. Das ist vermutlich der gängigste Tipp für alle angehenden Lehrkräfte. Das ist sicher richtig, aber das allein reicht dann doch nicht aus. Um dir viel Stress und schlaflose Nächte zu ersparen, habe ich 10 Tipps für dich für ein erfolgreiches Referendariat. Und damit herzlich willkommen zu Bezzel TV. Damit ihr nicht am ersten Tag komplett lost seid und in diverse Fettnäpfchen tretet, solltet ihr euch vorab mit eurem Arbeitsplatz vertraut machen. Das beinhaltet sowohl die Orientierung im Schulgebäude als auch das Kennenlernen von Kolleginnen und Kollegen, Sekretariat und Hausmeister. Goldene Regel, vor allem mit den Letztgenannten, solltet ihr euch gut stellen. Deren Hilfe kann euch im Alltag vieles erleichtern. Ebenfalls solltet ihr euch so früh wie möglich über alle wichtigen Termine und Veranstaltungen informieren und diese im Kalender abspeichen. Gerade zu Beginn macht es immer einen guten Eindruck, sich so oft wie möglich auch bei Nebenaktivitäten wie Schultheater, Ausflügen oder ähnliches blicken zu lassen. Was ziehe ich an? Das ist eine sehr gute Frage. Feste Regeln gibt es hierfür nicht. Ihr solltet aber natürlich einen gepflegten, ordentlichen Eindruck vermitteln. Was das bedeutet, wird jeder anders deuten. Generell gilt, nicht zu sexy, aber auch nicht super brüde, nicht zu konservativ, aber auch nicht zu hip. Und ganz wichtig, macht den Test, wie sich euer Outfit verhält, wenn ihr zum Beispiel die Arme hebt oder euch bücken müsst. Oder ob es nicht vielleicht doch irgendwo durchsichtig ist. Wichtig ist, dass ihr euch aber dennoch wohl fühlt. Also wenn ihr nie einen Anzug tragt, dann lasst das auch für den Unterricht. Einfache Jeans und ein unauffälliger Pullover oder Bluse sind völlig ausreichend. Jogginghose ist ein No-Go. Es sei denn, ihr seid Sportlehrer, dann darf es auch der Jogginganzug sein. Aber nur, wenn ihr an dem Tag auch Sportunterricht habt. Womit du dein Outfit aber auf jeden Fall aufpeppen kannst, ist mit einer stylischen Lehrertasche aus unserem Shop. Welche Phasen gibt es im Ref? Wie viele Unterrichtsstunden muss ich halten? Welche Fristen und Termine muss ich unbedingt beachten? Und welche Rolle spielen eigentlich die Unterrichtsbesuche? Super wichtige Infos, die du meist zwar irgendwie nebenbei erfährst, aber Obacht, bevor du dich auf gefährliches Halbwissen verlässt, wirf einen Blick in die Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Diese findest du auf den jeweiligen Landes-Bildungs-Servern. Hier steht ganz genau drin, welche Leistungen wann und wie erbracht werden müssen. So bist du auf der sicheren Seite. Das erfolgreiche Bestehen des Referendariats hat oberste Priorität. Das Finanzielle sollte dabei aber nicht außer Acht gelassen werden. Zum einen, wie viel verdient man im Ref überhaupt? Darf ich einem Nebenjob nachgehen? Und welche Versicherungen machen Sinn? Antworten auf diese Fragen findet ihr in den Links unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, hebt alle Belege auf, die mit schulischen Ausgaben zu tun haben. Von Bleistift bis Laptop, ganz egal. Das könnt ihr alles in eurer Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Zeit ist immer Dauerthema, denn es ist meist zu wenig davon verfügbar. Nette Gespräche mit den Kolleginnen können gewinnbringend sein oder auch Zeitfresser. Hauptsache ihr habt eure Termine im Blick. Dann könnt ihr am besten einschätzen, wie viel Zeit ihr guten Gewissens verplempern könnt. Bei der Terminplanung helfen kann euch unser wunderschöner Refplaner oder auch der praktische Wochenplaner zum Abreisen. Du glaubst, aufgrund des Studiums perfekt vorbereitet zu sein? Weit gefehlt. Grau ist alle Studiumstheorie. In der Schule gilt, was im Schulbuch steht. Naja, nicht ganz, aber das ist nun mal das Medium Nummer 1 für Schüler zum Nachschlagen und Lernen. Wenn ihr euch schon im Vorfeld mit den verwendeten Schulbüchern auseinandersetzt, wisst ihr zum einen genau, was drankommt und könnt euch so frühzeitig vorbereiten. Material, Material, Material. Als Referendar oder auch später als Lehrer ist man ständig auf der Suche nach neuen Materialien. Aber wo bekommen wir die her? Vielleicht ja von netten KollegInnen, die ihre Arbeitsblätter mit euch teilen. Oder aber natürlich im Internet. Fit4Ref ist auch hier wieder eine gute Anlaufstelle. Fit4Ref ist sowieso immer eine gute Anlaufstelle in allen Referendariatsfragen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir hatten es ja schon vom Plausch mit den KollegInnen. Mit den richtigen Themen können diese Gespräche sehr wertvoll sein. Gerade alteingesessene KollegInnen können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der einem in vielen Situationen weiterhelfen kann. Ihr könnt auch eure Sorgen und Probleme teilen und euch Tipps geben lassen, wie ihr euch in bestimmten Situationen verhaltet. Mit diesem Austausch könnt ihr peu a peu Unsicherheiten ablegen. Austausch findet aber nicht nur im Lehrerzimmer statt. Auch auf Instagram, Twitter und Co. gibt es tolle Communities, die sich gegenseitig helfen. Das Insta-Lehrerzimmer oder Twitter-Lehrerzimmer sind da gute Anlaufpunkte. Um aber zwischendurch auch den Kopf etwas vom Lehreralltag freizukriegen, ist es auch ganz wichtig, sich zwischendurch mit Nicht-Lehrern zu treffen, um einfach entweder mal abzuschalten oder einen anderen Blickwinkel auf Themen zu bekommen. Wenn du deine Stärken kennst, macht das Unterrichten gleich viel mehr Spaß, weil du weißt, was du kannst und so selbstbewusster vor der Klasse auftrittst. Wenn du Spaß am Unterrichten hast, wird der Unterricht eigentlich auch immer gut. Klar, fachlich und didaktisch sollte alles passen. Aber lieber das machen, was man kann, als verkrampft versuchen, Erwartungen des Ausbildes zu erfüllen. Die Dinge, die noch nicht so rund laufen, werden im Laufe der Zeit dann Schritt für Schritt ausgemerzt. Also wenn ihr richtig gute Tafelbilder erstellen könnt, dann macht diese anstatt auf Teufel komm raus, irgendwie mit einem Tablet zu hantieren, was ihr aktuell eben noch nicht so gut beherrscht. Oder umgekehrt. Sich auszuprobieren bezieht sich auf deine Lehrerpersönlichkeit und deine Art und Weise des Unterrichtens. Auch hier kannst du schauen, was dir besonders Spaß macht, aber vor allem auch, was deinen SchülerInnen Spaß macht. Die Unterrichtsvoraussetzungen sind schließlich an jeder Schule und in jeder Lerngruppe anders. Das gibt dir aber die Möglichkeit, verschiedene Methoden und Inhalte auszuprobieren und so auch ein Gefühl für das Unterrichten und deine SchülerInnen zu bekommen. Dadurch eignest du dir Routinen an und hast dein eigenes Repertoire an Methoden, auf die du immer zurückgreifen kannst bei dir. Hier oben findest du eine Playlist mit vielen verschiedenen Unterrichtsideen, die ich hier auf BetzoTV schon vorgestellt habe. Probiert euch einfach mal durch. Und das waren sie auch schon, meine 10 Tipps für das Referendariat. Ich hoffe, damit kann ich euch ein klein wenig die Aufregung nehmen. Ja, das Ref ist anstrengend und wird euch viele schlaflose Nächte bescheren, aber vielleicht mit den Tipps etwas weniger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Wenn du noch mehr Infos zum Referendariat haben möchtest, dann kann ich dir hier mein Interview mit Mona empfehlen oder wenn du Hilfe bei der Unterrichtserstellung brauchst, probiere doch mal aus, ob KI dir helfen kann. Das war BetzoTV für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Christoph und tschüss. Danke fürs Zuschauen.